sie bekommen gesellschaft naja wir kommen gesellschaft hier alles im blauen bereich hier kommt dann auch mal was doch hat gemacht der war nicht ja habe ich ja ich hatte 409 beim letzten mal jawohl granate es ist eingefahren probier es mal ich spaß hat irgendwie nicht gewertet hier ist ein angreifer sogar moment moment weiß ob es bleiben sie denn noch was warum ja moni wieder sechs der feind zapft unseren zivilen Wir müssen seine Uplink-Geräte zerstören. Vorne die Geräte. Will er das nicht schon machen? Ja, er macht das. Angreifer? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Hey, da kommt er. Ups, da war ein Fail. Ey, lass mich in Ruhe, du Kack-Großes Fiech. Ich wusste es, dass ich die Raketen in den Rücken kriege. Moment. Oh, den kriege ich. Nice. Äh, wieso zählt das nicht? Ja, obwohl der Tod war, habe ich nur eine Kür bekommen. Kack. Ja, wo bist du? Fertig dich? Ich glaube, wir laufen uns gegenseitig im Kreis hinterher. Bewegt mich aber nicht. Achso, dann habe ich dich jetzt gefunden. Nice. Oh, das ist jetzt nur boom. Oh, fuck. Ich war tot. Haps, wieder go boom. Und wieder sechs. Wir brauchen uns schlachten. Ich habe ihn erwischt. Wen, wen, wen? Mann, hier, Mann. Wo denn? Hier. Achso. Ich dachte, du hast auf mich geschossen. Hey, da sind los. Ja, das ist eine gute Idee. Ich schieße mal das Schild runter. Moment, Adi gleich. Adi? Ja, oh, der neben mir war gut. Den anderen Adi killen wir. Ne, Krogi, können wir nochmal... Oh, naja, das halte ich jetzt. Ja, nice, jetzt schnell töten. Ich bin low. Ah. So, weg, hier. Granate. Hinter dir. Geh doch da hoch jetzt. Oh, gerade noch einen Aufsteck einsetzen können. Nein. Nein. Deine Barrikade hat mich da festgehalten. Ich war da eingeengt. Was war das denn? Meine Barrikade wollte nicht, dass du mich heilst. Die wollte nicht, dass mein Aufsteck sinnvoll genutzt wird. Das kommt ja im Normalfall nicht vor. Moment. Schade. Geh mein glichermal. Achso. Der hat dich schon getrickt. Ja. So, ich wollte ihn jetzt mit einem Bedäubungsschuss wegmachen. Bevor du dich kickt. Äh. Hat auch funktioniert, aber dann warst du schon. Ne. Da ist noch einer, Leute. Hier, hier. Hier ist noch einer. Ich habe ihn. Hier. Bei mir ist noch einer. Hier oben ist er doch. Direkt hier vorne. Ja, ja. Hier. Nicht geschützt. Geh weg. Blödes Viech. Naja. Hat nicht gereicht. Sie bekommen Gesellschaft. Geh wir. Letzten Sie die Fähne. Ja, ähm. Adi. Api. Ich habe direkt mal zwei Stück gemacht. Irgendwas tot. Das erzählt nicht mehr. Von neuer. Uuuh. Ich komme hoch. Hoi, da oben. Ja, habe ich. Oha. Gerade zu spät bemerkt. Schön geflogen. Backflip. Hund, Hund. Adi. Geh ins Haus. Geh ins Haus. Rücke nach. Alles tot. Er hat's gekillt. Der sagt. Ja, erfolgreich. Bond, Bond. Er sieht auf dem Boden von hinten wirklich aus wie so ein Frosch. Ja. Äh, wo seid denn da? Morlock. Neben Morlock. Warte. Kein Leben mehr. Bilder verloren. Was war das denn hier? Granatenaustausch? Ich gebe ihm eine. Er gibt mir eine. Danke. Schild weg. Schild weg. Den mir Angreifer. Er möchte aus. Schon noch drei. Schalten Sie sie aus. Der Angreifer dürfte leichter sein. Das war ein Genick, glaube ich. Ja, ich hab vier. Ich geh nach unten. Und sechs. Ja, und die Welle ist auch sechs. Können wir wieder Munition holen. Passt ja. Wir haben missionsrelevante Daten geortet. Wo gehst du? Das hier? Geh. Ja, hier kommen meistens nicht so viele hin, aber egal. Die kommen gleich schon von da. Ja, ja, die kommt schon, weil auf B keiner ist. Der war schon, der war so. Moment, Antimist brennt. Ja. Ey, 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 ey. Nicht anschießen hier. Autsch. Ich bin tot. Mitte. Gut, dass du da weggenommen hast. Das war eine Granate. Der ist tot. Der ist tot. Nee, den kriegst du mir noch. So. Jetzt haben wir schon. Sollen wir zu B? Wir wollen hier, wir wollen ja retten. Gord oder Moloch? Das ist jetzt eine Entscheidung. B. B. Gord. Gord hat bestürt. Moloch. Das war die absolut richtige Entscheidung. Hier war nämlich schon eine Kryo-Explosion vorbereitet. Ist da was? Ist da was für mich? Ja. Nee. Ja, so hätte hätte Messe-Effekt, so hätte hätte hätte, dass wir den Messe-Effekt 1 laufen sollen. Der, den, 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 den schafft auch so. Dann kämpft ihr alle zusammen. Wie, was, was? Allein Messe-Effekt 1, du hast da ja die Wahl zwischen, äh, äh, zwischen Kaidan und, äh, und Eschmids. Ja. Ich will, die Person, der du nicht hilfst, die stirbt. Hätte, hätte, das hätte, das hätte, das hätte, die mal so machen sollen, wie viel hier. Ja. Die will, die Person, der nicht helft, wir schafft es auch so, oder am Ende keine Kämpfe, alle zusammen. Naja. Wettelt, fehlt vier, ähnliches Ende. Ja, nice, cool auch. Oh, ich hole mir eine, hole ich mir noch. Ich hole mir hier unten eine. Jetzt haben wir gerade Munition und dürfen schon wieder gehen. Mein Shuttle ist auf dem Weg zu Ihnen. Begeben Sie sich in die Ex-Filtration. Der, der sieht echt krass aus von denen wie ein Frosch. Wahnsinn. Nein, ich... ...rog aber. Links. Welche treffe? Links. Ja, da ist er. Mein... ...dingern fliegt natürlich erst mal auf den falschen. Okay. Ja. Wo, wo? Wo ist hier? Das war ein falscher. Nimm ich halt den Adi hier. Granate? Fuck. Ich hole neuer. Was? Klapp für ein Stück. Kommt das? Nee. Nee. Ich hab' gesagt groggy, nicht kacke. Hm. Oh! Sorry. Ja. Check mir hier. Auch mal. Hä? Was ist denn da schon wieder extrem? Ja, ja. Was war gerade eben die Munition? Äh, Upload. Achso, stimmt ja. Mein Team Mitglied ist verletzt. Äh, wieso... Detoniert's jetzt nicht mehr? Ich verstehe's nicht. Ja, gehen wir mal Richtung, ne? Ja, ich halbe den Moloch. Nicht. Besser... Besser. 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 Abschluss, verständlich. Boah, boah, ich geh' wieder hinter. Geht. Nice. Bin noch in der Hava gesprochen. Nachdem ihr, äh, ich geb' mir die Medaille bekommt. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.